ich würde sagen wir machen noch eine folge wer mit hat 10 schon wieder ein wenig action gerade jetzt hat er mich durch die mauer weg gerannt ich kann man immer mit nach vorne sollte da vorne das tor zu machen ja definitiv zieht mal zu bitte ich muss aufpassen nicht dass sie wieder irgendwie oben drüber hüpfen ja ich versuche die man hier so ein bisschen um die falle zu locken keine ahnung funktioniert aber die eine falle hier relativ sinnlos ist jetzt habe ich dem schutz so viele falle in den poppust die falle in der nächste falle gegangen beide tod hier es hört sich gerade sehr ruhig an ja ich bin schon da gerade die ganze feine wieder er sei aus wie ein kleiner igel ich glaube ich kann nach vorne war es gab auch noch einer achtung hinter euch hinter euch hinter euch so so ja aber du sollst mal in die falle rennen hier Er hat doch ein kleiner, mehrere kleine Auge, ich weiß nicht, Aua, ich hab mich über die Feige Falle abgekriegt. Hau doch ab hier, geh doch weg. Ja, ich krieg gerade das Problem. Warte, 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 warte. Aua, du bist schlaufe wie ein Igel. Scheiße, warte, 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 warte. Das Tor. Die ist hinüber. Hier ist noch eine Mutantenrüftung. Lücken. Achtung! achtung achtung nichts passiert weit genug weg ich glaube ein kleiner fackler sein hat dann schon gut da kann es noch ein angenommen. Ähm, Leute? Ich hänge auf so'n Holzstück. Und ihr habt mich grad ausgemauert. Ich glaub, ich muss springen. Ja, blöd, ne? Sorry. Wie aufgemauert. Ach, stehst du auf dem Treppenstück da oben? Ja. Ja, ab auf die stille Treppe, warst du wieder böse, hä? Oh, jetzt, ich bin, super, ich bin jetzt durch die Wand ins Wasser gefallen. Auch schön. Ja. Ach, ja. So. Ganz mein Tag heute hier. So. Wird schon mal dunkel. Aber schlafen ist leider noch nicht drin. So. 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 Nein. und hier sollten wir unser tor ein bisschen besser kennzeichnen ein paar lampen von außen oder so das wäre gut weil ich habe jetzt ein paar mal beim flucht nicht gefunden ist vielleicht gar nicht mal so schlecht wenn man es dann irgendwie hier oben sieht man es ganz gut weil das schön abgehoben ist weil das relativ gerade ist ja aber vielleicht haben sollte man trotzdem mal irgendwie was hinsetzen ich mache ich mal hier oben der dampe hin und das andere noch hier oben mal rechts und links nehmen das tor eine lampe ja so warum fällt ja 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 also das ist die katze was da gerade schnelle ja die hängt mir gerade so ein bisschen am headset ich habe gerade mit sogar ich wollte gerade fragen was sache was das ist doch nicht gerade etwas meine katze ist ein kleiner stalker es kommt wieder da schreibt wieder eine alte als wenn sie gerade einen orgasmus kriegt nein das ist die katze definitiv ich habe nicht mehr herrschen wir aufnehmen das kriege ich ich musste gerade jetzt kommen wir zu mal direkt vom tor steht fast ja 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 und ich habe es gerade mitbekommen wir sind ja hier drei ja 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 Es ist kalt und ich bin nass. Ich muss ein Feuer machen. Ich muss mal was essen. Merci. Ich bin noch nicht gefasst. Ich muss mal gucken, ob wir schon wieder schlafen können. Nee, noch nicht ganz. Aber fast. Schön vors Feuerchen setzen werden wir auch. Mhm. 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 Ah, schnell aus. Mhm. 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 das tun wir ja immer noch nicht das tun wir ja das tun wir ja das tun wir ja das tun wir ja aber es ist wirklich nicht mehr viel also irgendwie so ein bisschen schade findet bei dem spiel dass man auch friert wenn man im haus ist ja weil das eigentlich normalerweise sinnlos ist wo ja wir sagen ich kalt ich sehe zwar im haus aber mir ist kalt aber wir können schlafen das ist ja gut dann machen wir das doch dann wird dann wahrscheinlich warm sehr gut so zehn minütchen machen wir noch für die sagen ich werde nämlich still das heißt ich werde müde das ist bei mir so ein zeichen ich muss gleich noch ein halbstündchen telefonieren dann wird das auch nicht ganz zu spät wo sind jetzt die ganzen drehen ich so So, jetzt haben wir noch zwei. So, jetzt haben wir noch gar kein T-Shirt drin. Ich hab auch gesehen. Ich darf nur eins. So, jetzt haben wir noch einen T-Shirt. Ich hab Hunger, okay. Hier kommt wieder eine Gruppe von Kleinen. Ich richte mich mal eben hier nach oben. Von innen so ein Kampfsteg an die Mauer fände ich auch nicht verkehrt. Ein bisschen höher, dass man die von oben beschießen kann. Wo ist er denn jetzt hin? So. 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 jetzt sagen die sind mal kaputt baum so die wirtschaft ja es spricht dich was an im meingang glaube ich schon im meingang glaube ich schon im meingang glaube ich schon Das ist mein Traum, wenn ich noch ein Feuzeuge habe. oder 10 erwischt er ist okay ja hinterher Glück gehabt das hätte durchaus anders ausgehen können mit dem oder hinten kommen wieder drei kleine ist mir Na, ich versuche die mal hier ein bisschen in die Falle zu locken. Mach die doch nicht so sauer. Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie in die Falle rennt, aber irgendwie weigert die sich. Ich verstehe es gar nicht. Komm rein. Komm auch nicht. Die hat sich lieber oben draufgestellt. Ja, die sind teilweise gar nicht immer so dumm, dass sie das irgendwann lernen, dass die oben drüber kommen. Wie der eine, der da reingehüpft kam. Ja. Jetzt ist sie in der Falle. Weiter, Minimum noch eine Rolle. Hey, sie steht doch vor der Tür, oder? Das war eigentlich kein Sinn. Du kommst nicht vorbei, Kollege. Schon tot. Oh, die ist, da ist noch einer. Entschuldigung, die habe ich reingelassen. Entschuldigung. Ich bin noch immer in den Tropfen habe. Nee, äh, Schaden ist ja... Oh, es ist ja. Ja. Du bist in der Große jetzt. Ich bin gerade in der Mucke gehört. Ich schenk mich mal den Kopf auf. Was ist denn da jetzt hin, der Große? Da hinten sind... Ja, wollen wir die Großen in Großteller sein lassen und mal Feierabend machen? Oder waren wir da noch... Nein, ja. Bist du da noch drauf? Die sind ein bisschen weiter weg, die Großen. Dann lassen wir die Großen einfach groß sein. Kümmern wir uns dann nächstes Mal drum, wenn wir wieder hoffentlich mit vier mehr... Mit vier Mann dabei sind. Ich rette kurz das Spiel und dann machen wir hier Feierabend. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und dann sehen wir uns demnächst wieder.